Oh, shit. Okay. Weißt du, dafür, dass du das so witzig findest, machst du recht wenig. Oh Gott. Jetzt mach nicht schlapp, ey. Du hast gesagt, du kannst es. Du bist doch die mächtigste Bioter. Hätten wir vielleicht doch Jack nehmen sollen? War das letztlich eine dumme Entscheidung? Oh, da. Okay. Ja, dann komm. Machen wir. Ist kein Problem. Ich mach die alle platt. Schräumen sie da aus dem Weg. Hold on. Wir sind fast da. Shepard, wir müssen hier rauskommen. All right, los geht's. Okay, los geht's. Puschen. Keep it up. Hurry, Shepard. Do you copy? Come on, Shepard. Where are you? I copy. What's your position? We're pinned down at the door. Taking heavy fire. We're coming. Just hold on. Get this door open. Come on. Seal the door. Joker, are you at the rendezvous point? I'm here, Commander. Chakwas and the rest of the crew just showed up. Morton's group just arrived, Shepard. No casualties. Excellent. Now let's make it count. Edie, what's our next step? There should be some nearby platforms that will take you to the main control console. From there you can overload the system and destroy the base. Commander, you got a problem. Hostiles passing just outside the door. Won't be long, time I bust through. Ja, scheiße. Bei einem ist besser. Die holen auf. Jemand muss die Tür halten. Ich... Äh, ja. Hm. Ah, ich dachte gerade, jemand ist gestorben. Aber nein, das ist Morton. Den können wir nicht mehr wählen. Äh, 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 okay. Das ist jetzt, ich vermute mal, the last battle, I hope. Weil die sollen ja uns den Rücken decken. Das heißt, die werden nicht nachkommen. Die werden hier bleiben, bis, bis, bis alles vorbei ist. Das heißt, ich möchte bei meinem letzten Kampf gerne zwei sehr alte Bekannte dabei haben. Und das bedeutet die beiden eigentlich. Wenn die anderen, oh mein Gott, ich mag sie alle. Ich bin wirklich ausnahmslos. Selbst sie mittlerweile hier, Miranda, hat Sachen an sich, die man mögen kann. Aber das sind die beiden, die wir aus dem ersten Teil kennen. Zu dem fühle ich mich am verbundensten. Und mit dem würde ich gerne jeden Shit durchstehen. Und damit auch den Endkampf hier. Ich hoffe zumindest, dass es jetzt der Endkampf ist und dass ich nicht eine seltsame Ansprache halte, ob wir noch zehn weitere Kämpfe vor uns haben. Das wäre ein bisschen nicht seltsam. Egal, wir nehmen es jetzt so. Wir enden das Ganze. Ja. Was? Oh mein Gott. Danke, dass er mir noch Medi-Kill gibt. Oh! 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 Shit! Das ist, äh, Nomikos da? Vielleicht sollte ich meine Munition nicht so aufs Spiel setzen. Schnell, bevor ihr ihn übernimmt. Haaa! Ja, den hat er jetzt übernommen, wa? Nee, nee, er hat er nicht. Nice! Sehr gut! Also bis jetzt, äh, kann ich mich nicht beschweren. Es geht mir auch bald die Munition aus. Natürlich nimmst du das. Erstmal das. Oh Gott! Ich... Weiß gar nicht... Shit! Ich will nur mal sehen, ob ich da überhaupt... Oh, ich hab wieder! Okay, 190%. Nee, 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 das nehm ich mir für den Endpost. Geh weg! Au! Wow! Ich hab eine... Shit! 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 Ich hatte mal vorher... oh! Shit! Wo fliegst du hin? Nirgends wohin! Natürlich nicht! Ich hab offiziell keine Munition mehr. Oh, Garis, komm! Deckung! Es ist nichts Neues für dich, das kennst du! Die Pistil macht natürlich auch Schaden ohne Ende. Warte, warte, warte. Wir haben jetzt neue Munition erhalten. Ach du Kacke! Äh... Wieso bin ich gerade so nah ran? Äh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Autsch! Au, 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 au! Au, 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 au! Warte mal, warte mal. Das Problem ist, dass das ja... Ah, ich hasse das! Oh, es ist tot. Sag bloß, das war's! aufsammeln. Speichern. Ich kann nicht speichern. Wieso kann ich nicht speichern? Das ist so gemein. Okay, ich habe Muni gesammelt. Wie nervig. Ich würde keinen speichern. Was? Was? Viel schlimmer finde ich, was sind diese komischen Schläuche, Spritzen? Sind es die Überreste der Menschen? Was haben die Kollektoren bekommen, indem die Menschen in dieser Reeper-Shell zu veröffentlichen? Sie können die Reeper-Shell-Equivalent zu veröffentlichen. Oder es könnte ein anderes Ziel geben. Ich habe keine Daten, um weiter zu speichern. Jedoch, es ist klar, dass die Kollektoren nur die Pawns sind. Die Technologie und die Gelegenheit die die Veröffentlichung zu entwickeln, diese Reeper ist nicht ihre eigene. Es ist wahrscheinlich, dass verschiedene Speichern alle Reeper konstruieren. In diesem Fall, die Kollektoren Wieso muss das Ganze dann menschlich aussehen? Ich hoffe, das Ding ist übrigens noch nicht fertig und tot, weil das ist echt creepy. Sklaven, im Prinzip. Obwohl Sklaven ja wenigstens noch einen eigenen Willen haben. Ich glaube nicht, dass die Proteaner oder die Kollektoren mittlerweile überhaupt noch wissen, was sie mal waren. Dann frage ich mich natürlich, wonach die Sauron geformt waren, nach welcher Spezies. Ja, aber das, so eine menschliche Form, fliegt die denn auch durchs All? Das Ding ist ja gigantisch. Das erinnert mich ein bisschen an Attack on Titan. Aber ich glaube, das war Attack on Titan, ja. Ein guter Anime übrigens, kann ich Ihnen ans Herz legen. Selbst wenn du nicht Animes magst, guck dir Attack on Titan an. Ich schwör's dir. Toll, es bewegt sich nicht. Wenn gleich eins dieser ekelhaften Augen zu mir glubscht, dann schreie ich. Wie ein kleines Schulmädchen. Okay, warte, dann muss ich ja nicht nur... Muss ich... Darauf schießen, oder? Warte, lass mich mal auf die Dinger aufschießen. Shit. Hä? Warte. Ich dachte ehrlich gesagt glücklich gerade, dass wir einfach hier raufschießen können und dann wäre die Sache gut. Weißt du, dann spare ich mir mal eben meine Munition von der Sniper. In der Hoffnung, dass wir da wirklich nochmal raufschießen können, dass das Ding dann irgendwann kaputt geht. Würdest du bitte Talia nicht so auf die Perle rücken? Da, 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 da. Ich bin dabei. Nein! Verdammt. Okay, man darf nur einmal raufschießen. Ich, äh, spare mir die Muni. Äh. Verdammt, die waren doch alle gerade offen. Warum, warum schießt du erst jetzt darauf, Shepard? Wieso machen wir uns das Leben gegenseitig so schwer? Oh, Mann. Wo ist's? Ach, da. Wehe, du wirst jetzt übernommen. Dann schreie ich. Warte, warte, wir wechseln schon mal. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie besonders viel Schaden aushalten. Und ob das überhaupt richtig ist, was ich hier mache. Aber es ist mir jetzt egal. Wieso? Wieso gerade den? Ja, der macht das mal persönlich. Abklingzeit und so, ja. Was? Okay, weg ist er. Ich bin dabei! Schrei mich nicht an! Ach, die Musik ist so episch. Ich komme gar nicht drauf klar. Nicht übernehmen. Das war es echt schon, oder? Okay, ich habe, ich habe... Das war ja klar. Oh, nee, es ist tot. Hui. Das war irgendwie zu einfach. Das war es echt schon? Das war viel zu einfach. Alter, wenn ich mich an den Kampf von Mass Effect 1 erinnere, gegen Saren, die dreimal Sarens, die wir da gekillen durften, aber gar nicht. Beim ersten Mal hat er sich umgebracht. Das war, das war hart. Ja, aber das will ich ganz bestimmt nicht dir geben. Ja, aber das will ich ganz bestimmt nicht dir geben. was horrible. Nein, tut mir leid. Nein, ich verstehe den Ansatz. Morden vertraue ich, dass er damit nichts macht. Aber ich vertraue doch dem hier Mr. Oberrassisten nicht. Und wenn der die Technologie in seinen Händen hat, na, Halleluja, was soll denn abgehen? Dann versucht er die Menschlichkeit, die Menschen an erster Stelle zu setzen und baut seine eigenen kleinen Reaper oder Abarten von Reaper. Und nennt sie anders. Und das, nee, tut mir leid. Nein. Nein. Nicht schon wieder was mit Zeit, bitte. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020